Ich bin gespannt, was gibt es auf der anderen Seite? So eine blöde Nymphe. Alte Wasser-Biatsch. Ja, zu erfreuen bringt magische Geschenke. Ich erfreu dich gleich. Kann ich die nicht kaputt rempeln? Und wieder mal habe ich absolut keine Peilung, wo ich hin muss. Gravur, Gottes Besonderheit, Herrscher der Meere. Ja. Ja, da, 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 da. Okay, da geht es nicht weiter. Na, irgendwo muss es ja weitergehen. Also tauchen wir hier einfach noch so ein bisschen rum. Wir haben hier eh nichts anderes zu tun. Auf gut Deutsch. Ach, es geht doch nach rechts. Ist ja interessant. Okay, I'm dead. Mal wieder. Jawohl, wir haben es überlebt. I'm alive. I'm alive. I'm alive. So, ich bin. Oh, nein. 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Oh, ich bin kaputt. Kannst du sagen, mich anzureißen? Ich habe schlechte Laune. Sieht man, mir sind schon Haare ausgefallen. So schlechter Laune. So, haben wir jetzt Ruhe. So. Juhu. Es ist offen. So, noch ein bisschen Live-Point. Sehr schön. Wir haben Vollmachmesser gesagt. Und den Schalter betätigen. Oh, rein zufällig geht jetzt dieses... Moment, das hat... Och, nee, ich muss wieder durch den Fallen. Och, nee, 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 nee. Kann ich da überhaupt durch? Moment, ja, werden die Fallen sofort wieder aktiviert? Ja, werden sie, aber wir haben es gerade so geschafft. Das war nicht nur knapp. Das war scheiß knapp. Ach, die alte Nympfe. Oder Miade, oder wie die jetzt auch mal... Sie schimpfen, diese komischen... Wasser... Furz-Blubber-Dinger. Au, hier kann ich speichern. Herrlich. So, und jetzt machen wir weiter. Bei Kratos macht blub, blub. Status Gottes Poseidon, Herrscher der Meere. Ja, ja, der Typ ist selbstverliebt hoch acht. Statuen, Gemälde. Okay. Was passiert hier gerade? Achso, ich bin tot. Ja, läuft. Jawohl, wir haben es überlebt. Juhu! Gott, mir wäre schon längst die Luft hier ausgegangen. Oh, bitte jetzt nicht noch eine Falle. Noch eine Falle überlebe ich nicht. Oh, hier können wir nochmal speichern. Oh, hier können wir nochmal speichern. Jetzt habe ich aber ein wenig... Faxen, dick und blöd. Möchte ich ein Stieren. So, jetzt ist der Kopf los. Jetzt kommt Zahnarzt. Obwohl, das sollte sich an Autopäne abgucken. Ja, haut doch alle auf mich ein. Noch eine ohne Fahrschein. Oh, hieridos. Also. Wex, das ist nicht gut. So, du darfst dich jetzt verprügelt fühlen. Und ich mach die Kiste auf. Und werde den Schalter beziehen. Weil ich's kann. Nicht, weil ich's muss, sondern weil ich's kann. So, ein bisschen Lebensenergie. Vorsicht, aber noch was saven. Und jetzt werden wir die Karriereleiter hinaufklettern. Also zumindest. Boah, das geht auf Zeit. Okay, dann weiß ich Bescheid. Komm, Kratos, das schaffst du. Jetzt geht's. Prolockend auf die Nuss. Und du greifst mich von hinten an. Ich weiß, die Griechen haben den Pupupums erfunden, aber das haben die, glaube ich, nicht damit gemeint. Oh, wir haben auch noch eine Kiste. Und wir haben ein Buch. Poseidons Treusweib. Amphitrite. Denkt sich denn so ein Scheißnamen aus. Amphitrite. Klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Wacht auf ewige, verfluchten Raum. Ja, sag ich ja, Geschlechtskrankheit. Die waren auch nur über einen Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausweg. Ah, ja. Ja, und wo ist der? Los, weib. Sag es mir, oder muss ich es erst verprügeln? Ich verprügeln einfach alles andere. Geheimer Ausweg. Ja, wo wollen die mich hier veräppeln? Moment. Verprügeln, ich habe alles mit dem Schwert. So, du olle Plunze. Moment. Die zeigt doch auf irgendwas. Ist die nicht vielleicht? Ich habe da so ein Gefühl. Zeigt. Aha. Nein. Du blödes Vibe. Aber sie hatte ja... Moment. Aha. Da, an dem Moment habe ich reingekommen. Oh, oh, oh. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wohin. So, Kratos. Kratos, der Delfin. Die FSK-18-Freigabe von Flipper. So, einmal bitte nach unten. Danke. Okay. Okay. Aber jetzt hat er verbaut diesen Mist. Bestimmt. Pyrotechnos. Ach ne, Moment. Da, erstens das war Asterix und Obelix, und zweitens das war Ägypten. Das sieht aber nicht so gewollt hier aus. Das sieht so aus wie ein Gdärm. Ich schwimme durch ein Gdärm. Noch ein Speicherpunkt. Seriously? Moment, hier war ich doch schon. Och nö, ich bin schon wieder in diesen blöden Tempel. In diesen blöden Pandora-Scheiße. Och nö, warum bin ich schon wieder hier? Ich will hier! Okay, das war's. Ich bin raus. Jetzt werden die alle verprügelt. Oder sie verprügeln mich. Das muss ich mir doch überlegen. Nein, ich verprügere mich. Aber wenn die Gegner auftauchen, bin ich hier auf jeden Fall richtig. Wo ist das rollende Etwas? Oder war ich hier schon fertig? Nee, war ich doch schon. Ah, Moment, Moment, Moment! Haha! In der Mitte war doch was zum Taucheln, oder nicht? Ja, da ist was zum Taucheln. Und da werde ich jetzt auch reinspringen. Gratis, du bist größer als nicht, wenn du von da oben meinst zu springen. Man lebt doch einmal! Autsch! Irgendwo hier gibt's ja... Tür ist verschlossen, muss man... Egal, wir haben gute Beinmuskeln, wir kriegen das hin. Und ob... Wieso finde ich jetzt keine Leiter? Ah, Treppen!